Hi, Lea. Hallo. Wie geht's dir? Guten, Lea. Auch gut. Hallo, Lea. Hallo, Ben. Was möchtet ihr trinken? Ich hätte gerne ein Gläschen Wein. Dann frohe Ostern. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Prost. Ebena, hast du mir deinen Teller? Danke. Lasst es euch schmecken. Guten Appetit. Ja, guten Appetit. Euch auch, guten Appetit. Am Dienstag müssen wir uns unbedingt nochmal den Fall von Herrn Schubert anschauen. Ja, da hast du recht. Die Verteidigung wird wirklich schwierig. Aber wenn es jemand schaffen kann, dann natürlich du. Muss das jetzt wirklich sein? Am Dienstag habt ihr doch genug Zeit im Büro, um das zu klären. Lasst uns auf meinen ersten Enkel anstoßen. Auf euch. Auf euch. Herzlichen Glückwunsch. Prost. Danke. Prost. Danke. Das ist so lieb. Habt ihr eigentlich schon von unseren neuen Nachbarn gehört? Nein. Wer ist denn eingezogen? Zwei Frauen. Lesbisch. Bist du dir da sicher? Ja. Ich habe sie letzte Woche zusammen in der Stadt gesehen. Sowas von abartig. Da hast du vollkommen recht. Das geht gar nicht. Lea. Ist alles in Ordnung mit dir? Lea. Du bist ja ganz blass. Geht's dir gut? Lea. Ich muss euch was sagen. Ich bin lesbisch. Ich habe eine Freundin. Wir sind verlobt. Und wir wollen heiraten. Was erlaubst du dir? Weißt du, was das für unsere Familie bedeutet? Wenn das die Leute erfahren. Ich werde nie mehr ein Mandat bekommen. Das ist für unsere Familie. Ich bekomme einen Mandat. Ich werde es nicht mehr im Hinblick auf den Anstablen. Ich werde es nicht mehr betraut sein.